Wieder ein Zwischenfall mit einem Hund in Oberösterreich. Der Nachbarhund beißt einen 44-Jährigen in Königswiesen ins Gesicht. Die ÖVP fordert seit Längerem ein strengeres Hundehaltegesetz. Im kommenden Landtag soll es beschlossen werden. Die wesentlichsten Neuerungen sind das, dass es jetzt eine Liste gibt für Kampfhunde, sechs Rassen, für die ein besonderer Sorgfaltsmaßstab gilt. Sie müssen an der Leine und mit Maulkorb am öffentlichen Ort geführt werden, außer es wird ein Psychotest durchgeführt und eine entsprechende Prüfung für Hund und Herl. Sie scheint also doch zu kommen, die Hundeliste. Die SPÖ hatte sich ursprünglich gegen diese Liste ausgesprochen. Ebenfalls im neuen Gesetz mehr Kompetenzen für die Gemeinden. Zum Beispiel konkrete Vorschriften, wie der Hund gehalten werden soll auf dem eigenen Grund, im eigenen Garten. Wie hoch muss der Zaun sein, aber nur dann, wenn es irgendwelche Belästigungen oder Gefährdungen für die Nachbarschaft gibt. Für uns war es nur wichtig, dass es ein vollziehbares Gesetz wird. Also dass wir nur diese Regelungen haben, die wir brauchen. Daher haben wir die ersten Entwürfe wesentlich entrümpelt und daher kann man sagen, wir sind zufrieden. Gesetze ausmisten, das fordert die ÖVP auch von EU und Bundesregierung. Das Land beginnt bei sich selbst. Wir durchforsten jetzt unsere gesamte Landesverwaltung, ob wir noch alle Gesetze, alle Paragrafen, alle Beteiligten auch entsprechend brauchen. Ob da vieles dabei ist, was vielleicht gar nicht mehr in die Zeit passt, damit wir die Verfahren schneller machen können. Weil das manches Mal zu Recht auch ein Ärgernis ist bei vielen, die etwas weiterbringen wollen. Das ist so eine Art Triple E, das wir hier erreichen wollen. Entschlacken, entrümpeln und effizienter machen. Auch die von Stelzer wiederholt geforderte Sunset-Legislatur, also Gesetze mit Ablaufdatum, gibt es in Oberösterreich bereits. Wir möchten es ja auch bei weiteren dazugeben, weil man einfach auch in der Politik verpflichtet ist, dann zu schauen, brauche ich das wirklich noch? Denn wenn ein Gesetz ausläuft, läuft es aus. Und nur wenn man der Meinung ist, das braucht es noch, damit die Gesellschaft gut funktioniert, soll es auch erneuert oder verlängert werden. Und sonst ist es eben weg und das wird dann auch hoffentlich einfacher. Es wird also um die Gesetze gehen im letzten Landtag vor der Sommerpause.